Hi Leute und willkommen wieder zurück zu GRID 2, da sind wir nun wieder und starten wieder in unsere Racing Szene ein. So, dann geht's weiter. Was machen wir? Wir fahren jetzt mal das hier noch zu Ende. Paris ist eng und gespickt mit aggressiven Haarnadeln. Jedes Manöver wird gut überlegt sein. Clubrennen sind nie leicht. Zeig ihnen wo der Haar hängt. Ein Allrounder. Sei erstmal etwas zurückhaltender nach dem Start. Warte auf die Lücken. Versuch nicht die Lücken selbst zu schaffen. Fangen wir mit einer Landsichtpersönlich fahren. Wollen wir ein bisschen gucken. Da scheidet der Erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Warum du dich per dieser Sicht fahren lässt. Eigentlich immer einer der Full-Ansicht führt. Noch fünf Autos. Mach Druck. Alter, von hinten gedrückt. Kann sein Design. Wenn noch einer rausfliegt, bist du in den Top 3. Kusch weiter. Du bist in den Top 3. Gib dich damit nicht zufrieden. Noch ein Gegner ist übrig. Du kannst es schaffen. Hol dir den Sieg. Sehr weit fahren. Mal gucken, ob er den schaffen wird. Gutes Rennen, Junge. Je besser die Platzierung, desto mehr Fans gewinnen wir für die WSR. Schwer, schwer, der ist ganz schön schnell. Schade. Leider nicht geschafft. Wir probieren es nach Hause. Der erste Fahrer ist ausgeschieden. Er setzt sich da vorne sehr, sehr schnell. Ein weiterer Fahrer ist ausgeschieden. Konzentrier dich, du musst mir noch vier Fahrer besiegen. Oh, sehr weit raus. Sehr, sehr weit raus. Wenn du noch einen hinter dir lässt, sind dir die Top 3 sicher. Nur noch zwei Gegner trennen dich vom Sieg. Ich frage mich, wie wir an die nach vorne rankommen. Tu was und tu es schnell, sonst ist das Rennen für dich gelaufen. Wir kommen nicht näher an. Dann lassen wir das wahrscheinlich mal so da stehen. Schade, 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 schade. Wir haben genug Anhänger gewonnen, um die WSR in Europa veranstalten zu können. Nicht schlecht für die zweite Saison. Jetzt müssen wir unser Angebot richtig präsentieren. Mit welchem Auto möchtest du antreten? Lass es mich wissen. In Ordnung. Du findest das Auto vor dem nächsten Rennen in der Garage. Hör einen Blick auf deine Sponsorenangebote. Ein weiterer Sponsor bittet um eine Werbefläche auf deinem Auto. Hm. BMW ist schön und gut, aber ich glaube wir nehmen den Alfa Romeo. Webseite stark angestiegen. Viel davon kommt aus Europa. Die Kommentare deuten darauf hin, dass wir mit angemessenen Besucherzahlen rechnen können. Wir machen mal hier ein paar mal auf zufällig und sagen hier mal einfach hier ok. Musik Musik Das war's. Die europäischen Fans sind heute massenweise gekommen. Wenn du hier eine gute Show lieferst, kann die WSR ganz groß für uns werden. Wir nehmen mal unsere alten Corvette mal wieder hin. Beim Driften holst du das Maximum aus diesem Auto. Lenk ein, gib Gas und halt den Drift, solange es geht. Der Drift, solange es geht. Der Drift, solange es geht. Fangen wir nicht so schön an, gehen wir da mal lieber zurück hier. Das war ja noch schlechter gerade. Der Drift, solange es geht. Der Drift, solange es geht. Äh, vergiss dies im Fall schon. Was machen wir denn? Das kann rennen auch nicht. Das kann rennen auch nicht. Das geht hier ab, Alter. Das ist unnötige Ram von ihm hier gerade. Finde ich nicht hübsch genug für mich. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, was da los ist, aber momentan wird er doch nichts. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. In den Komischerweise schaffen wir es jetzt gerade, das weiß ich nicht, aber von der Ansicht fahre ich doch deutlich besser. Knapp aber doch gewonnen. An der Côte d'Azur hast du kaum Zeit zu blinzeln. Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahren. Sei wachsam. Knapp aber auch nicht.